Und damit weiter in unserem Wunschkonzert. Es ist ja schon so, dass uns Wünsche erreichen, wo wir manchmal sagen, die sind eigentlich nicht zu erfüllen, das ist so kompliziert, was da nur an kleinen Angaben auf der Karte oder im Brief steht. Und trotzdem, also meistens schaffen wir es dann doch. Denn zum Beispiel hier, Hans Mayer aus Salbach, Hinterklem, schreibt folgendes. Ich suche ein Lied, irgendwie griechisch, Abendstimmung, vielleicht etwas mit Fischern, jeden Tag im Radio zu hören und ein Riesenhit in den USA. Also mehr wusste der Herr Mayer nicht, das war es dann auch schon. Aber wir haben es geschafft. Es ist ein Welthit aus dem Jahre 1989. Und den hat sich auch Frau Angelika Harms gewünscht aus Dola. Die begrüßen wir, die ist heute Abend auch hier bei uns. Und ja, das ist ein Lied. Ich glaube, diese Klänge werden Sie jetzt verzaubern. Und zwar freuen wir uns jetzt auf Gäste aus Holland, auf Thomas Doll und Case Doll mit der Nichte Corinna und Eleni. Applaus EAST 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 GERMANN EAST Amen. 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 Amen.